Ich hab mir nur einen Gefallen. Gib mir ein, diese Digitierung. ARGUMON, digitier zu Grün! Nein! Nein! Wie heißt du in echt? Gerald. Zum Beispiel bin ich auch die Stimme von Duffy Duck. Und der ist ja nun sehr off-pressure. Ja, du bist unaufsprechlich! Zum Beispiel. Den Argument zum Beispiel bei Digimon oder den Mord bei King Julian. Oh! Ja! Oh mein Gott, ich wuchte ... Ja, ich liebe Füße. Oh mein Gott! Gerald, ich frag mal ganz kurz nach. Du sprichst auch bei Schreck Pinocchio, ist das richtig? Ja. Wie klingt der normal? Äh ... Ich trage keine Mädchenkleidung. ARD Text im Auftrag von Funk